Ja, Peace and Justice gesagt, ist wieder soweit Currywurst-Test. Und zwar heute ne Wildschwein-Currywurst. Und los geht's. Currywurst, das bringt uns wieder voll in Form. Currywurst, lecker, 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 lecker. Tatatata, guck mal, geil. Ja, sehr geil, wird am Platz geschnitten gerade, schön mit dem Messer. Jetzt wollen wir doch mal gucken hier, guck mal, sieht geil aus. Also so ne, ich hab ja schon mal irgendwann Wildschwein gegessen. Ich glaub beim Odin war's, da haben wir Wildschweinwürste gehabt. Ich erinnere mich aber nicht, weil wir immer so besoffen waren. Das probieren wir erstmal. Oh, geil. Stück für Stück, kernig und saftig. Die hat so ein bisschen natürlich auch Konsistenz wie, ja so leicht Mettwurst mäßig. Geiler Geschmack, Alter. Und die Soße ist auch richtig cool. Guck dir mal Dings an. Oh, geil. Mh, mh. Jetzt schmeckt aber. Perfekt Wurst, einfach nur lecker. Boah, die ist geil. Die ist geil. Ich wollte gerade erst hier bei Karstadt. Hinter uns sieht man nämlich das alte Karstadtgebäude. Das einzige Karstadt, was wir noch in Dortmund haben. Von damals vier. Da wollte ich mir eigentlich auch oben meine Currywurst gönnen für 10 Euro. Aber ey, 3,50 Euro. Super Preis, richtig geil. Super lecker. Hammer. Und da, aber hier ist ein bisschen größeres Stück bei, ne? Ist aber geil. Guck mal, du kriegst ein Stück Brötchen bei, das reicht auch vollkommen. Aber die Soße ist geil. Lecker. Currygeschmack. Ganz leicht fruchtig. Richtig geil, richtig geil, bockt sich. Da geht sogar die Sonne auf und blendet mich. In diesem Sinne, ein großes Stück auf euch. Muss ich ja heute eigentlich noch ein Bierchen trinken, wa? Vielleicht test ich ja noch ein paar Currywürste dafür. Vielleicht ich will jetzt wieder ein Currywurst-Marathon. Wir gucken mal, ne? In diesem Sinne. Lasst euch schmecken. Und zwar hier edles Fleisch. Glück Stück für Stück. Ich blende das nochmal ein. Ja, richtig geil. Du kriegst Bio-Bratwurfs-Currywurst auch für 3,50. Nur hier, so ein Flanksteak kriegst du für 7 Euro. Hammer geil. Macht Spaß. Also von daher daumen hoch, Alter. Sehr geil. Mh, schmeckt toll. Und da ist eine Hammerwurst. Also die ist ein Traum. Soße auf jeden Fall auch. Genug drauf, ausreichend. Richtig geil. Also der schmeckt richtig cool, finde ich gut. Also, warum hab ich die nicht eher entdeckt hier auf dem Markt? Ey, Hammer geil. Richtig gute Currywurst essen. Auch total geil. Gerade erst mal gefragt, ob die nur hier sind, jetzt wegen Gormedo oder so. Ne, die sind schon seit 5 Jahren hier, wenn Markt ist. Ich bin dort wunderbar, das ist ja fürchterlich, ey. Ja, demnächst mal mit dem Gorminister hin. Also sehr empfehlenswert, bin ich Fan von. Und dann so ein Flanksteak mal reinziehen und so. Also, geil. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, bis zu den nächsten Highlights. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020